Schaut mal was ich da habe, das ist die Goldmedaille, Goldmedaille in der Abfahrt. Ich bin total stolz auf meine Leistung, es war echt eine coole Fahrt und die Medaillenübergabe da am Talboden war sensationell. Ich habe mich riesig gefreut und ich glaube, ich kann es erst passen, wenn die Paralympics dabei sind, wenn ich daheim bin und ich werde wahrscheinlich nicht so lange feiern, weil morgen dann auch ein Bewerb ist. Wir sind jetzt gerade beim Österreich-Haus, wir haben schon angestoßen und ich zeige euch einmal jetzt kurz, wie die Österreicher feiern. Wenn wir da reinkommen, sehen wir einmal, ja schön, wir werden empfangen und da werden dann die Medaillen wieder empfangen und jetzt ist es da schon relativ leer, aber man sieht noch ein paar Leute sind da und die lassen sich gut gehen. Es gibt österreichische Kosten, das heißt ein gutes Wiederschnitzel, ein paar Spätzle oder sonst eine Strudel, das ist alles dabei. Und ja, so lasst man sich da als unscheuer Wied gehen. Also dann, Freunde, ihr werdet sicher noch von mir hören oder vielleicht auch in Früh sehen. Ja, bis bald einmal, schaut bitte. Also, Glocken schalten und wir sehen uns. Glocken schalten.